Arbeiten für die Stadt Bern Die Stadt Bern ist einzigartig und vielfältig. Genauso vielfältig präsentiert sich die Stadtverwaltung Bern. Über 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in rund 100 verschiedenen Berufen. Wir bilden auch Berufsleute aus und das in über 20 Lehrberufen. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung ist ein Qualitätsmerkmal der Stadtverwaltung Bern. Deshalb sind uns Dienstleistungsbereitschaft, Offenheit, Freundlichkeit und Verständnis für die Bedürfnisse der Öffentlichkeit ebenso viel wert wie fachliche Kompetenzen. Gleichstellung und Integration sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir setzen uns ein für Chancengleichheit und ein wertschätzendes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld. Warum es sich für Sie lohnt, bei der Stadt Bern zu arbeiten, welche Grundsätze wir haben und von welchen Vorteilen Sie profitieren können, zeigen wir Ihnen gerne in unserem Film «Dabei sein». Sie interessieren sich für eine Stelle in der Stadtverwaltung? Alle unsere Stellen sind ausgeschrieben unter www.bern.ch slash stellen. Es kann auch ein Job-Newsletter abonniert werden. Sie interessieren sich für eine Berufsausbildung? Alle offenen Lehrstellen sind hier ausgeschrieben. Die Kontaktpersonen, die auf den Stelleninseraten aufgeführt sind, beantworten gerne ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie besondere Bedürfnisse haben oder Unterstützung benötigen. Auf Wunsch organisieren wir auch gerne einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine Gebärdensprachdolmetscherin für das Bewerbungsgespräch.